2 Stunden schon vorbei Ja, sag ich ja, die Zeit vergeht hier ziemlich schnell So, wo ist der Sumpf? Ach, ich seh ihn Ich weiß nicht, ob du an unsere Heimekiste noch gerade willst, wenn du da bist und dann noch die Sachen da holen willst Scheiß Creeper Ähm So, sind die hier noch irgendwo? Wir sind in die Richtung gegangen, aber ich habe sie nicht mehr gesehen, gerade als ich reingegangen bin So, die Ecke mache ich gerade mal mit Erde einfach nur zu So, für ganz Sicherheit, so, jetzt kann ich überlaufen Ach, nee, nee, nee Da gehen über 20 Level hin, insgesamt berechnet Ja, das stimmt Also mit dir zusammen über 30 Level Können wir natürlich jetzt alles mit Erde zu machen Ja, ich habe es gesehen Ach, da bist du ja Ja, und dann dürfen wir gleich wieder Dings holen hier, ähm, Stone Oh, da bist du mir reingelaugt beim Abbauen Entschuldigung Nicht schlimm Ja, wir müssen unsere Wolle ja noch platzieren, also wir holen jetzt wirklich nur das Dach zum Platzieren, dass wir halbwegs ausgerustet sind Ja Und tauschen dann die Gelben ein Genau Das müssen wir ja schon machen, das ist ja So, ähm, ich mache mal hier schnell auf Wir müssen eh gleich nochmal raus und die blaue platzieren Weißt du was, ich gebe dir deine zwei blauen natürlich und gebe dir auch eine gelbe Ja Dass ich mich noch was mit meiner Eingelung verpissen kann So, ähm, ich würde sagen, ich nehme jetzt trotzdem mal ein Dierschwert mit, sicher ist sicher Ja Ja, gib mir meins auch Ähm, lieber Zack Das liegt jetzt natürlich da drin, warte mal So Äh, danke Hm Genau, da verstecken wir die Wolle Niemand wird sich finden So, ein bisschen was zum Essen Rüstung habe ich an, oder? Ja Verzauberung bringt im Moment nicht wirklich was Ach, genau, was zu essen wäre noch eine Idee? Hast du das auch da drin? Hm, ja Ich nehme dir mal vier Steaks mit Ah, okay So, und ich brauche noch Stone, aber wir haben keinen Stone mehr Ah, dann brennen noch welche gerade einfach, Kohle ist noch da Ja Ja, ja, gerade dabei Wenn die Eingelung nur acht reinschmeißen, ne? Und eine Spitzhacke muss ich mir mitnehmen, auf jeden Fall noch, habe ich gerade noch keine drin Warte mal, ich hole mal kurz Eisner Hab ich hier noch eine Spitzhacke drin gehabt in der Kiste? Blö, blö So, ähm, ja, ich mache mal eben zwei Zwei Spitzhacken kommen sofort Äh Oh, wenig Kraft gekillt von Iscario Einmal Zweimal So, eine Spitzhacke, wo stehst du denn? Ach da Ja Dann werde ich mir noch schnell eine Steinschaufel machen Müsst ihr auch eine? Äh, ja, ist nicht verkehrt, denke ich Stein haben wir ja genug, deswegen So So Und danke Oh Gott Oh Gott Oh Gott Moment, wir sollten uns ein bisschen was zum Bauern mitnehmen Ach, wir bauen uns einfach draußen ein bisschen Erde ab Ja Ich habe fünf Erde Und Mit der Schaufel geht ja gerade mal ruckzuck da noch ein bisschen was so So, hüpfst du wohl da hoch Wieso ertrinken die, Albert? Machen die? Keine Ahnung Ertrinken waren wir letztes Mal auch nicht in der Staffel 2.5 Ne So, was essen? Ich bin schon wieder halb verhungert So Und jetzt hier wieder das vorsichtige Part von dem Ganzen hier So Mal ein bisschen Inventar umräumen So Äh, hier noch zumachen mit Stone Bin oben und sehe niemanden So So Mal gleich ein bisschen Erde hier mitnehmen Okay, dann Habt noch draußen Ja Ups Das war ein zu viel Moment Aus Sauber So Und jetzt schnell in die Richtung Dschungel Ohne Ich hätte gesagt, äh Dschungel sag ich schon wieder Sumpf 4 Eventuell Achso, Wolle für 10 Jahre Genau, das war das Erste Ja So Ich wäre schon erst zum Eintauschen Macht keinen Sinn Na, ich würde doch erst eintauschen Ja, obwohl wir müssen die Blaue platzieren Und dann Wir müssen platzieren, ja Würde ich schnell eintauschen gehen So Die Frage ist nur wo Vielleicht da hinten irgendwo So Achso Grabt noch eine Schneise Zu v zum Springen Nö Ich wollte mir ein bisschen Wolle mitnehmen Wolle Wolle Erde Oh Hier ist World Border Moment, wir hatten doch da hinten so einen schönen Punkt, oder? World Border Hier ist außerhalb der World Border Geht bestimmt irgendwie, wenn man sich so ein bisschen durchpackt Verboten Moment Hm Ich weiß, was ich jetzt mache Man könnte es hier so zwischen platzieren Ich brauche noch ein bisschen Erde Hm Aber zu hoch bringt auch nichts, weil die Blaue sieht man denke ich schon Ich hätte gerade hier überlegt, über den Fluss würde ich meine Vielleicht so zwischen die beiden Berge hier direkt an der World Border Kannst du ja mal probieren, ne? Wenn wirklich das optimale Versteck habe ich irgendwie den Eindruck, hat es nicht Aber Warte, baue ich mir hier jetzt ein bisschen hoch Zu viel, weil sonst ist es zu hoch So Autsch Du bist über den Bergrad gegangen? Jop 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 Jop, dann komme ich hinterher Aber da, 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 ja, ja, ich probiere es jetzt einfach Ich probiere, ja, obwohl da ist, das ist schon offen, ne? Na, ich habe hier ist ein bisschen sehr offen Vielleicht noch ein Stück weiter Oh, da geht es tief runter Oh, da noch tiefer Oh Gott, schockig Ich glaube, ich gehe lieber hier runter Genug Schocks für heute Ja Auf der anderen Seite, äh Ah, ein Huhn, achte Huhn, stirb Super, eine Feder Drei, eins, zwei Jetzt ist hier zwischen dem Baum und dem Berg Ja, warum nicht? Ist ja hier im Prinzip nur von zwei Seiten ersichtlich, ne? Sollte ich vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen Dann musst du aber hier den Berg noch ein Stück abfahren, oder? Ja, das ist ja kein Problem, nicht, ne? Warte, mache ich gerade schon mal So, und nach unten auch noch eins Ja, noch eins, müssen ja drei frei sein Jupp So, ich lass den jetzt da stehen, so Den sieht man nämlich im Prinzip nur, äh So, jetzt müssen wir zum Spawn unsere Gelbe eintauschen Genau, ganz wichtig Und da geht was straight hin Müsste ja hier geradeaus jetzt sein irgendwo Geradeaus, leicht links geneigt Ja, ich sehe eh schon die Fahne hier Genau, Schweine kann man mal ein bisschen töten Ja, nehmen wir nur zwei mit oder drei Weil meine ganzen Kartoffeln natürlich weg sind Ja, aber von mir das Deck müsste eigentlich noch drin sein In der guten Kiste Stimmt So, jetzt darf uns nur keiner über den Weg laufen Wenn wir getauscht haben, ist alles gut Ja gut, dann müssen wir auch noch zurückkommen wieder erstmal, ne? Ah, da vorne, ich sehe schon die Fahne Ob jetzt langsam dunkel wird wieder? Naja, dunkel ist, Dunkelheit ist auch nicht schlecht Erst kurz was Ja Hätte ich auf einen Weg verhungere, so? Ne, das kommt nicht gut Ok, jetzt werden die auch da sein, aber wenn wir jetzt ja wirklich schon da Ja komm, jetzt dürfen wir wohin gehen, oder? Klar Ich nehme auch mein Schwert weg von mir aus, dann, ne? Nicht als feindliche Aktion werten Hallo 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 mein Freund So Äh, so Tauschen Äh, die gelbe in die mittlere legen, oder? Die gelbe, ja Gegen Du schreibst, okay Okay Und dann nehme ich da unten eine blaue Blaue Den da unten eine blaue raus und tue die man in der Kiste, ne? So Deine gelbe noch weg Ähm Ein Bierchen Blaze Oh, schön So, ich denke, jetzt werden wir uns noch nicht angreifen, wenn wir rausgehen Äh, die gehen hier raus, dann gehen wir in die andere Richtung Ja komm, wir gehen jetzt einfach unsere getrennten Wege, dann wird das keiner irgendwem was tun Irgendwann so viel Fairness kann man jetzt erwarten Okay, ähm, was machen wir jetzt? Ich würde ja fast sagen Ähm Erstmal hier nach rechts lang ein bisschen, dass wir auf die minus 40 bei Z kommen und dann Ich, 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 ja Ich würde ja fast sagen, wir farmen jetzt noch ein bisschen Dass wir wieder an ein paar Level kommen Ja, unsere Rüstung nochmal wieder ein bisschen Und versuchen dann eventuell auch auf ein Dierschwert irgendwie einen Fire Aspekt oder so drauf zu bekommen Ja Da könnte man Ich frage mich nur, braucht man für Fire Aspekt? Gibt es da eigentlich so Sachen wie ein bestimmtes Level? Dass man vielleicht doch ein Bücherregal bauen müsste? Glaube ich jetzt nicht mal, ähm Man hätte mal fragen sollen, ob hier Warte, halte ich mal ein bisschen weiter links, weil wir sind schon auf minus 60, das ist schon zu viel fast Ähm, man hätte halt vorab mal fragen sollen, ob dieses, ich glaube Better Enchantment oder so heißt das Dass dir quasi die, äh, Verzauberungen am Tisch aufgelistet werden Da steht dann quasi da, was welche Verzauberung ist Okay Dann hast du hier quasi keine Rätselraten mehr Oh, Slatter Creeper So, wir sind gleich da Boah, hier unten direkt Da So, ähm, was ich nochmal, ja, hm Ich hätte jetzt nochmal gesagt, ob wir nicht nochmal, aber ich glaube an derselben Stelle werden sie nicht nochmal die Wolle platzieren Komm schnell rein, ist zumachend Ja, ist auch besser so Äh, erstmal wieder Rüstung verzaubern, dann können wir wieder ein bisschen was machen Ups Das ist jetzt glaube ich erstmal wieder vorrangig die Eisenrüstung zu verzaubern Ja, weil ohne Verzauberung die, ist zwar nicht so stark aber die bringt halt so um Mischa Eine ganze Menge Ja Boowett, boowettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttt sindttttttttttttt'tttttttttttttttttttttttttttttttt Ich glaube, ich nehme die Kohle mit für Level. Komm her. Ich laufe mal an dir vorbei. Genau, laufe an mir vorbei, wenn ich abbau und ich hätte schlagen können. Och, das passt schon. So, ähm, untere Dierspitzhacken. Habe ich immerhin schon fast wieder zwei Level, immerhin. Einmal, zweimal. Ach ja, genau. Die werden ganz nett, wenn wir weiter farmen. Ja, ich möchte oben bloß noch einen Block setzen. So. Ähm, wo haben wir sie denn? Hier, bitteschön. Ja, Moment, danke. Äh, und wir sollten auf alle Fälle noch ein bisschen reinbrennen. Ich möchte zwei neue Bögen machen. Bitte? Ich möchte zwei neue Bögen machen. Äh, kommst du. So, ähm, hier schmeiße ich mal den Cobblestone rein. Ich kann auch ein paar Pfeile machen. Hast du auch noch Federn? Unverleg? Äh, nö. Denn die habe ich vorhin alle verloren. Ja, gut, ich habe acht Pfeile. Wieso ist denn hier ein Eisenschwert drin? Ähm, das war dein eigenes, das du vom Spawn mitgenommen hast. So. Habe ich da eben gerade reingeschmissen in der Eifer des Gefechts. Das packen wir doch mal hier rein. Das Diamantschwert behalte ich mal, denn wer weiß, wer uns hier unten noch besucht. So, dein Bogen. Ich kann dir auch gerne vier Pfeile geben, wenn du willst. Ich habe acht Stück nur. Nö, 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 passt schon. Für den Anfang brauche ich hier keinen Bogen. So. Hm. Okay, ähm. Wo brauche ich noch irgendwas? Da breit Fleisch, da breit Stein und da breit auch Fleisch. So, was ich jetzt, äh, kurz machen werde, ich werde jetzt ganz kurz auf das Klo gehen. Und zwar werde ich hier mal kurz aufgraben. Ja, ich passe hier auch gerade. Ich werde mich hier reinstellen, mit Stone zu machen. Jetzt ist es hier zwar richtig dunkel. Ähm, werde ich hier mein Handy auf die Shift-Taste legen. Ne, das geht ja nicht. Ähm, wie mache ich denn das am blödsten?